Hallo, ich bin die Vicky von den Reporter Kids. Heute treffe ich den Oberbürgermeister von Allemburg, den Herr Schäler. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Ja? Wie alt sind Sie? Ich bin 53 Jahre. Wie sind Sie Oberbürgermeister geworden? Ich bin zum Oberbürgermeister gewählt worden und habe mich entschieden, dass ich für meine Heimatstadt da sein möchte, um gemeinsam mit euch und mit allen, die hier wohnen, diese Heimatstadt zu einer der schönsten Städte zu machen. Wieso sind Sie Oberbürgermeister geworden? Ich wollte das, weil es mir gefällt, dass ich mit allen zusammen unsere Stadt lebenswert machen kann. Deswegen wollte ich das. Wie gefällt es Ihnen in der Kinderstadt? Mir gefällt das hier sehr gut und wenn ich dir ein Geheimnis verraten darf, Ich bin hier vor ungefähr 50 Jahren selber in dieses Haus gegangen und war hier im Kindergarten. Wie viele Kinder kennen Sie schon? Ich kenne nicht alle mit Namen, aber so vom Sehen her kenne ich fast alle. Was wollten Sie einmal werden? Ich wollte mal Friseur werden. Das ist dann leider nichts geworden, weil mein Berufswunsch hat sich dann doch wieder geändert. Ich habe dann einen Metallberuf erlernt und später noch ein Studium im Maschinenbau gemacht. Wie viele Kinder schätzen Sie sind hier? Na so ungefähr 40? Fast richtig 39. Danke, das war's von mir. Und viel Spaß weiterhin.